Die ersten eiskalten Nächte liegen hinter uns und damit auch das erste Eiskratzen an unseren Autos. Wir greifen in HWK TV die Themen Automobil, Winter und Sicherheit auf und haben in Kfz-Werkstätten nachgefragt, wie ein Wintercheck aussieht und wie er angenommen wird. Für den Wechsel von der Sommerbereifung aufs Winterprofil sorgen die Kfz-Betriebe. 1.500 Unternehmen sind bei der Anwerkskammer Koblenz für dieses Gewerk eingetragen, darunter das Koblenzer Autohausch Scherhack. Zum Wintercheck gehört auch hier die Kontrolle von Licht, Batterie, Froschschutzmittel oder Bereifung. Rund 75% der Autofahrer haben ihre Fahrzeuge bereits wintertauglich gemacht. Zum Service zählen hier auch Reinigung und Einlagerung der Reifen, die nicht gebraucht werden. Rund 1.000 Pneus gehen hier in den Winterschlaf. Zweimal im Jahr bietet der Kfz-Betrieb den Kunden das Spezialangebot Boxenstopp. Wir bieten unseren Kunden zweimal im Jahr sozusagen immer vor der Saison oder zum Saisonwechsel diesen Winterboxenstopp bzw. Sommerreifenboxenstopp an. Heute begrüßen wir hier ca. 100 Kunden, denen wir garantieren, dass sie in einer halben Stunde wieder auf dem Heilweg sein können. Und diese halbe Stunde verschönern wir ihn noch mit einem Frühstück und mit einer Tasse Kaffee. Und während in der Werkstatt geschraubt wird, genießen die Kunden den Boxenstopp bei heißem Kaffee und einem guten Frühstück. Doch was bringen die Winterreifen in der Praxis? Auch dann, wenn gar kein Schnee liegt. Für den Reifentest geht es bei 8 Grad Außentemperatur auf die Straße und damit in die Praxis. Zuerst wird mit Sommerreifen gebremst und durch Kfz-Gesellen Volker Bresken vom Autohaus Sorgis in Kesselink genau Maß genommen. Mit den Sommerreifen hatten wir jetzt einen Bremsweg von 20,60 Meter. Wir fahren jetzt in die Werkstatt und wechseln die Winterreifen und dann gucken wir mal, wie der Bremsweg dann ist. Auch hier in der Werkstatt des kleinen Eifelortes Kesselink herrscht in diesen Tagen Wintercheck-Hochkonjunktur. Denn wenn es Winter wird, dann in der Eifel besonders früh und auch besonders heftig. Also bereiten sich die Autofahrer rechtzeitig vor. Mit der Mannschaft um Kfz-Meister Lothar Sorgis steht ihnen dabei ein Spitzenteam zur Verfügung, denn der Chef ist Qualitätsmeister des rheinland-pfälzischen Handwerks. Eine Auszeichnung vergeben durch das Wirtschaftsministerium und die Handwerkskammern im Land. Die besondere Leistung honoriert. Ein starkes Ausbildungsengagement, ehrenamtliche Tätigkeit, die hohe handwerkliche Qualität und Kundenzufriedenheit sind es hier. Wir haben jetzt vier Winterkompletträder drauf montiert, um den Bremsweg zu verkürzen, weil bei Temperaturen unter sieben Grad verändert sich halt der Bremsweg und es ist wichtig, Winterräder drauf zu haben. Wir fahren jetzt los und probieren es aus. Und damit zurück zum Reifencheck, zurück in die Praxis. Mit neuer Bereifung und gleicher Geschwindigkeit von 80 kmh steht die nächste Vollbremsung an. Das gleiche Prozedere wie bei der Sommerbereifung wartet auf Kfz-Geselle Volker Breskin, der ganz genau dem Bremsweg nachmisst. Mit Winterreifen hatten wir jetzt ein Testergebnis von 19,40 m. Das entspricht über zwei Meter weniger wie mit Sommerreifen. Es ist auch wichtig, wie gesagt, dass man auch ohne Schnee Winterreifen fährt, weil es einfach besser ist. Und sicherer. Doch so, wie die Sicherheit im Winter ein Pflichtprogramm ist, gibt es im Autohaus von Lourta Sorges auch ein Kürprogramm. Das hat acht Zylinder und kommt aus den USA. Jede freie Minute schraubt und tüftelt Handwerksmeister Sorges an seinem Jeep CJ7. Wissen, von dem Kunden aus ganz Europa profitieren. Für sie alle gilt, es gibt nichts Geileres als den Sound eines Achtzylinders. Unsere weiteste Kundschaft kommt von Italien bis hierhin. Nicht zum Ölwechsel, aber für Probleme kommen die bis hierhin. Der Löwenanteil ist in Nordrhein-Westfalen bis Belgien, Holland hoch. Die dann ihre rollenden PS-Schätzchen einer der besten Werkstätten von Rheinland-Pfalz anvertrauen und vielleicht auch einmal einen Blick in die heiligen Werkstatthallen werfen dürfen. Ganz wichtig neben der Verkehrssicherheit des eigenen Autos ist natürlich auch eine angepasste Fahrweise, um heil und sicher durch die kalte Jahreszeit zu kommen. Um die schönen Seiten des Winters geht es auch in unserem aktuellen Tipp. Und der entführt Sie in die traditionelle Winterausstellung der Handwerkskammer Koblenz in die Galerie Handwerk in der Ritzerstraße. Ab dem 27. November gibt es hier nationales Kunsthandwerk der Spitzenklasse zum Schauen, Staunen und Verschenken. Wer also das Besondere sucht, ist herzlich eingeladen in die Galerie Handwerk. Informationen dazu und zu allen anderen Themen der Sendung gibt es auch im Internet unter hwk-koblenz.de.